Jo, hi Leute, David von iDesignish wieder hier. So, heute wird einen neuen Tutorial und zwar erstellen wir diesmal das Lichtschweb von Darth Maul. Letztes Mal mit Ray haben wir es halt über Splines gemacht und heute machen wir das mal, also ohne ganz normal mit Objekten quasi. Deswegen nehmen wir uns hier einmal ein Bild. Ich habe einmal gegoogelt nach Maul Lightsaber oder sowas und das packen wir uns hier in die Rechtsansicht. So, und dann machen wir uns erstmal die Basis. Das ist so wie eigentlich überall auch. Nehmen wir uns, jetzt können wir uns auch suchen, was wir nehmen wollen. Nehmen wir am besten eine Röhre. Ich zeige euch warum. Ihr könnt auch einen Zylinder nehmen, aber mit Röhre habt ihr halt schon so einen Ring drin. Quasi für das, für die Klinge. Also deswegen, dann wollen wir es natürlich noch auf die Seite kippen. Deswegen gehen wir hier auf unsere P-Achse, Winkel auf 90 Grad und ziehen uns das einfach erstmal ein bisschen von der Höhe her. So, ja, das sieht gut aus. Machen wir das allerdings ein bisschen kleiner und zwar, weil wir sehen, haben wir hier zwischen überall ein schwarzes, so schwarzes Zeug. Das heißt, es hat so eine Grundstruktur und obendrauf ist halt quasi nur die ganzen, ja, ich nenne sie mehr Hüllen, die ganzen Abdeckungen. Deswegen ungefähr so, können wir gucken. Ja, ich meine im Endeffekt muss es ja nicht passen, einfach nur damit es irgendwie nach was aussieht. Das ziehen wir uns einfach mal lang. Und zwar, wir müssen im Endeffekt, weil wie ihr seht, ist ja beide, sehen ja identisch aus. Deswegen, wir können uns das gleich kopieren. Deswegen machen wir hier nur eine Seite erstmal. Das heißt, wir ziehen uns das Systeme, wir sprechen länger. Ich meine, muss auch nicht unbedingt passen, das kann man ja etwas faken. Ich denke mal, so ist schon in Ordnung. So. Genau. Dann gucken wir erstmal. Genau, sehen wir hier diesen inneren Ring. Ich denke so ungefähr. Ja, wie gesagt, können wir ändern. Dann können wir uns das eigentlich kopieren. Das heißt, SDRG, ähm, Quatsch, ja, SDRGC, SDRGV. Und ziehen wir uns das kleiner. Und fangen wir irgendwo an. Das heißt, ähm, machen wir hier. Also machen wir den Part. Das heißt, die ganzen Spalten hier, die machen wir separat. Das heißt, wir können das natürlich auch extrudieren. Aber wir haben halt zumindest, ich habe halt mehr Kontrolle, wenn ich das einzeln modelliere. Alles. Deswegen machen wir uns das so ungefähr. Das sieht schon mal, ja, steht schon mal gut aus. Das wollen wir natürlich ein bisschen skalieren. Nicht so viel, aber ich denke, das ist in Ordnung so. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Schon in Ordnung. Äh, genau. Dann kopieren wir uns das wieder. Obwohl, was wir erstmal machen, damit es alles nicht so eckig sieht, aussieht, wenn ihr das reinzoomt, haben wir halt natürlich wenige Segmente. Das heißt, wir ziehen jetzt überall. Erstmal die Segmente machen wir ein bisschen höher. Keine Ahnung, 50. Gucken wir mal, Quatsch, nicht die Höhe, sondern der Umfang. Gucken wir mal bei 50. Ne, machen wir mal 100. 100. Und dann hier natürlich auch. Umfang bis 100. So. Dann nehmen wir uns die erste Röhre und kopieren die normal. Also erst C und V. Dann gehen wir weiter. So. Ziehen wir uns das dementsprechend etwas kleiner. So dürfte das okay sein. Ah ja, genau. Eine Sache können wir auch noch machen. Wenn ihr jetzt sehen könnt, das ist natürlich alles sehr hart abge... Also hat keine Rundungen drin. Deswegen machen wir das natürlich noch alles. Das heißt, wir gehen hier auf Objekte, Rundungen. Und machen wir mal... Ja, ne, eins ist so viel schon. 0,5. Ja, 0,5 ist okay. Und hier auch Rundungen. 0,5. Können wir später eh nochmal ändern. Dann nehmen wir uns die zweite Röhre, kopieren die uns und setzen die hier rein. Dann kopieren wir uns das wieder. Machen das Ganze hier. Auch ein bisschen kleiner. Kopieren wir nochmal. Nochmal kopieren. Nochmal kopieren. Voila. Und jetzt sehe ich aber gerade, das ist nämlich ein bisschen höher. Die Ringe, das heißt, wir selektieren es alle. Also erst der G gedrückt halten und dann alle auswählen. Und die können wir ein bisschen höher. Ja, ein bisschen... Ja, so sollte okay sein. Können wir uns die einzelne natürlich nochmal auswählen. Und ziehen die ein bisschen gerade. So. So ist das okay. Und das ist auch okay. So, dann nehmen wir uns wieder die erste Röhre. Also nicht die erste, sondern die zweite. Dann kopieren wir wieder. Und ziehen es rüber. Und haben das hier. Das passt schon mal gut. Dann machen wir das selber. Kopieren. Und ziehen uns das einfach ein bisschen länger nochmal. So. Haben wir das soweit. So, jetzt nochmal kopieren. Gleich kommt das spannende Teil. Und zwar ziehen wir uns das wieder klein. Ich denke, so ist es okay. Und so. Jetzt kommt es. Also wir machen erst die untere Seite. Das heißt, wir kopieren uns das nochmal. Und machen hier das. Und dann kopieren wir uns das wieder. Machen das hier. So. Jetzt können wir uns das auswählen. Wie wir das machen. Doch, wir kopieren das erstmal. Und machen die Ringe auch hier als Röhre. Dann hier. Und hier. Das ist aber dann ein bisschen... Höher. So. Dann kopieren wir das. Kopieren wir das. Und jetzt können wir das machen, wie wir wollen. Machen wir... Ja, das auch als Röhre. Dann kopieren wir das. Und hier. Wird es dementsprechend. Ein bisschen skaliert. Na, wo haben wir es? 18. Und. Ja, es sollte passend sein. Und wie wir sehen können, haben wir jetzt eigentlich schon mal die Baseform. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Ja. Genau. Und jetzt wie wir sehen können, haben wir hier so ein Durchmesser, so ein halter Röhre. Damit es natürlich auch ein bisschen real aussieht, wenn wir jetzt beispielsweise gleich rendern oder sowas. So, jetzt kommt der spannende Teil. Und zwar, jetzt machen wir diese... Ja, dieses Design halt quasi. Deswegen nehmen wir uns einen Würfel. Den Würfel ziehen wir uns dann an die Position. So, skalieren wir uns das natürlich. Und. Ziehen wir es das hoch. Ziehen wir es so am passenden. Das heißt, wir wollen, also wir machen jetzt ein nur so ein Ding. Das heißt, wir wollen, dass das alles ausgefüllt ist. Mit dem Würfel. Dann machen wir es natürlich kleiner. Machen wir es ein bisschen größer. Ja, so ist es. Ja, so ist es okay. So, dann wollen wir natürlich noch die Segmente sichtbar machen. Das heißt, wir gehen auf... Ups. Sorry, auf Shader, also Drahtgitter. Sorry, Linien. Und die Segmente wollen wir natürlich auch noch erhöhen. Das heißt, wir gehen hier bei den Segmenten... Müssen wir gucken. Und zwar... Erstmal wollen wir die X. Das heißt, wir können jetzt mal gucken. Also X heißt... Hier Optionen... Linien. X heißt die Tiefe. Da brauchen wir eigentlich nur eine. Die... Genau, das ist eine spannende, quasi die Höhe. Deswegen... Können wir uns jetzt gucken. Und zwar, wie viele brauchen wir ungefähr? Brauchen wir nicht so viele. Und zwar gucken wir mal 5. Weil im Endeffekt... Wir ziehen dann an jeden... Jede Ecke... dran rum. Sodass es eine Form ergibt. Ich denke, das sollte in Ordnung sein. Und die Z ist die... Also Länge und Breite haben wir quasi brauchen wir. Deswegen nehmen wir auch mal 5. Gucken wir mal 5. Passt es? 5... Machen wir mal 6. Ja, okay. 6 Minuten kommen. Dann drücken wir mal C. Um das Edit hierbar zu machen. Und nehmen unser Punktewerkzeug. So, jetzt nehmen wir unser Live-Selection-Tool. Aber bevor wir anfangen... Gehen wir hier auf Sichtbare Elemente selektieren... Raus. Das heißt, er selektiert alle Punkte. Wenn wir jetzt beispielsweise hier... Na, nicht ebenen Punkte. Wenn wir jetzt den oberen Punkt anwählen... Sehen wir... Ah, okay. Der hat beide Punkte angewählt. Beide Punkte. Also vorne, hinten. Deswegen, das wollen wir haben. Ne, okay. Machen wir es. Das sind doch ein bisschen zu viele. Machen wir das nochmal zurück. Das ist der GC. Dass es nicht mehr editiert ist. Und machen die Y-Achse... Ne, 2. Machen wir mal 3. Ja, 3 ist in Ordnung. So, deswegen... Wir ziehen uns... Also im Endeffekt müssen wir jetzt halt ein bisschen mal nach Zahlen. Das heißt, wir ziehen uns die Punkte einfach so hin. Dass sie... Also anhand dieser... Dieser Form. Deswegen... Was allerdings natürlich ist... Wir müssen natürlich aufpassen... Weil wenn wir diese... Die runterholen die Punkte... Müssen wir natürlich auch aufpassen... Dass die unteren Polygone... Trotzdem immer noch... Von den... Na, von Abstand her gleich ist. Das heißt, was oben ist... Sollte oben sein. Also nicht, dass sie das runterzieht. Ups... Na... Beispielsweise nehmen das obere. Ziehen das runter. Wenn wir sehen können... Haben wir das halt übererlappt sich das. Das sollten wir vermeiden. Weil das sieht doof aus. Deswegen... Gehen wir erst der GC. Äh, Z. Sorry. Dann... Nehmen wir den Punkt. Zehen runter. Nehmen wir den. Ziehen den auch runter. Und nehmen wir den oberen. Und ziehen den ungefähr hier hin. Was wir auch machen können... Um es schneller zu machen... Ist immer SDRG... Ähm... Also SDRG gedrückt halten. Und dann... Wenn wir einen anderen Polygon auswählen wollten... Ist dann... Schiff drücken... Dann wählt er beide... Also alle aus. Deswegen nehmen wir uns die 2. Sehen die... Runter. Weil wie das unten aussieht... Ist ja letztendlich wurscht. Weil unten... Interessiert ja keine Sau. So... So... Dann... Na... Nehmen wir den Punkt nochmal... Ist manchmal ein bisschen Fummelarbeit... Aber... Machbar... Machbar. Das ist auch nicht 3, sondern die 2. Ziehen wir uns dann hier hin. Und das da... Ziehen wir hier... Hin. Na... So dass es... Rundlicher ist. So... Ich denke... Das ist eigentlich soweit in Ordnung... Aber jetzt... Können wir ja trotzdem mal... Weil es so... Gegen ist... Runterziehen. Ja. Ups... Quatsch. Wir müssen natürlich gucken... Wir müssen natürlich von der Seite machen... Denn ansonsten wählt er nicht alle aus. Alle... Polygonen auf eine Höhe... So... Sollte okay sein. Jetzt wollen wir das natürlich nicht so breit haben. Das können wir machen... Indem wir Würfel gehen... Unser... Wieder unser Objekt-Tool... Werkzeug haben... Und das einfach... Skalieren. Ich denke... Das ist in Ordnung... Und das ziehen wir dann runter... Dementsprechend... Ja... So sieht doch eigentlich gut aus. Was wir halt gucken können... Wir können das mal in einen Hairpender packen... Wie das aussieht... Weil wie wir sehen können... Ist es hier oben auch direkt abgerundet... Weil es ein bisschen zu dünn ist... Deswegen... Wenn wir das rausnehmen... Wenn wir das rausnehmen... Und es doch ein bisschen... Weiter auseinanderziehen... Dann wieder in eine Hairpender packen... Sehen wir... Das ist jetzt nicht so ganz so rund... So... Klar... Schon rund... Aber... Ja... Nicht... Nicht so nur kugelmäßig... Jetzt... Um... Jetzt ist natürlich der HyperNerd... An sich natürlich... Also in der Mitte natürlich zentriert... Das heißt... Wir nehmen... Unser... Unser Werkzeug hier... Unser... Achsenwerkzeug... Also drücken einmal drauf... Dann können wir die Achse verschieben... Und ziehen wir dann einfach... In die Mitte des NURBS... So sollte okay sein... Dann gehen wir mal auf... Damit es nicht... Highlight ist... Und... Ja... Das haben wir doch schon mal... Deswegen gehen wir hier nochmal raus... Obwohl... Was wir jetzt machen... Ich mach das doch erst mal ein bisschen dünner... Weil später... Vielleicht brauchen wir doch kein HyperNerd... Ja... Okay... Doch... Aber naja... Okay... Später machen muss... Können wir es wieder anlöschen... Dann nehmen wir uns... Einen... Kloner... Das ist das MoGraph... Kloner... Packen den Würfel... In das Klonobjekt rein... Und... Das Klonobjekt... Das machen wir natürlich... Radial... Jetzt haben wir das natürlich wieder zentriert... Das wollen wir eigentlich auch nicht haben... Das heißt... Wir... Ziehen unser... Kloner... Da hin... Wo wir es haben wollen... So... Und... Äh... Kloner... Und... Gehen natürlich... Von den Radius... Nicht auf 50... Sondern ein bisschen kleiner... Ja... Ich denke... So sieht das doch gut aus... Dann machen wir die Anzahl ein bisschen höher... Ich denke... Das könnte passen... Ja... Das sieht doch schon noch etwas aus... Also... 8... Gucken wir mal 9... Hm... Ja... Wie ihr wollt... 10 ist ein bisschen zu viel... Glaub ich... Ja... So... 8... 9... Ne... Das ist ein bisschen doof... Obwohl... 6... Hm... Hm... Was könnte passen... Was hat denn da... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Könnte sein, dass er auch 6 hat... Naja... Okay... Machen wir das mal so... Obwohl... 7... Naja... Also gut... Ähm... Machen wir den Radius doch ein... Tickchen nochmal höher... 27... So... Was wir jetzt machen wollen... Als nächstes... Ist natürlich... Wenn wir jetzt sehen können... Er hat natürlich auch ein bisschen... Details drin... Das heißt... Diese Buttons hier... Sowohl hier als der... Als auch unten... Und das wollen wir natürlich auch machen... So... Das heißt... Das heißt... Ich habe das hier einfach so... Als Zahnrad mal interpretiert... Das heißt... Wir nehmen uns einen Spline... Nehmen uns so... Ein... Wo haben wir es? Ähm... Zahnrad... Das wollen wir natürlich auch... Ein... Wollen wir das natürlich kippen... Das heißt... Wir gehen auf P-Aktien... Auf der P... Na... Nicht P... Sondern... H... Ne... Bin ich blöd... B... Ja... Okay... Gut... Nehmen wir B... Ziehen uns das zurecht... Und natürlich ein bisschen... Kleiner... Ob... Ich sagte... Kleiner... Aber... Zwei hoch... Noch ein bisschen... Kleiner... Na... Noch ein bisschen... Kleiner... Damit es doch... Ungefähr... Gut... Sieht man... Ja... Ungefähr... Passt... Hier sehen wir die weiße Linie... So... Ich denke... Das sieht okay aus... Dann... Nehmen wir uns... Eine... Extrude Nerve... So... Den Extrude Nerve... Da wir das natürlich... Das Zahn... Zahnrad gekippt haben... Passiert folgendes... Wenn wir unseren Zahnrad... An unseren Hypernode tun... Wird es natürlich... In die falsche Richtung... Ge... Extrudiert... Das heißt... Wir gehen... Bevor wir das... Ähm... Unter... Unterordnen... Gehen wir extrudieren... Und... Geht dann auch auf... B... Auf... 90 Grad... Und jetzt... Müsste das eigentlich... Funktionieren... Na... Hat er es doch nicht genommen... Na... 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 Okay... Dann nehmen wir... Die P-Achse... Müsste das halt sein... 90 Grad... Na... Erstmal 0... Dann auf 90... Und... Klappt... Super... Perfekt... So... Dann ziehen wir das natürlich... Ein bisschen tiefer... Damit es ungefähr auch passt... Das heißt... Wir können jetzt beim extrudieren... Also wenn wir draufklicken... Natürlich hier... Verschiebungen... Natürlich festlegen... Wie tief das sein soll... Das heißt... Achso... Jetzt ist natürlich wieder die Achse... Verschieben wir wieder... So... Also das heißt natürlich... Äh... Dass wir das nur ungefähr machen... Deswegen so liegt es auf jetzt... Deswegen... Verschieben das... Ups... Na... Was tut ihr denn? Ja... Ich denke so ist okay... Ähm... Ja... Gucken wir noch mal... Wie es so aussieht... Ja... Ziehen wir es ein bisschen tiefer... So dass es glaubwürdig ist... Ja... So ist okay... In Ordnung... Subi... Perfekto... Dann... Machen wir uns hier diesen... Bobbel... Das heißt... Wir nehmen uns einfach... Habe ich ganz normal... Zylinder genommen... Den... Der Größer angepasst... Ungefähr... So... Und dann habe ich einfach nur die Deckflächen erhöht... So... So... Ganz viel Deckflächen... Jetzt ist es auch ein bisschen rund... Und... Ja... Ja... Genau... So... Jetzt ist folgendes noch unten... Das machen wir auch ganz einfach... Und zwar... Indem wir einfach per Splines arbeiten... Das heißt... Ich habe hier unseren Kreis Spline... Den wollen wir natürlich auch ein bisschen drehen... H... Obwohl... Ne... Quatsch... Wollen wir ja... Wollen wir ja liegen... Machen wir B... 90 Grad... Und... Ziehen uns das... Natürlich hier runter... Damit wir das natürlich klein ziehen... Damit es hier passt... Dann fangen wir hier an... Ähm... Kopieren uns das... Erst der G, C und V... Ziehen uns... Das hier hin... So... Um das jetzt zu sehen... Was passiert... Machen wir am besten... Und dann... Nehmen wir uns den... Neob... Nehmen wir uns den... Äh... Loft-Neob... Selt hier in beide Kreise... Und packen hier rein... Das heißt... Weil wenn wir jetzt den... Neob nehmen... Sehen wir das... Beides... Ähm... Also eine... Also eine... Eine Fläche ist... Deswegen... Dann nehmen wir uns das... Wir können uns das... Wie erst der G... Und... Gedrückt halten... Und dann einfach nach oben ziehen... Dann hat er automatisch kopiert... Ziehen uns das klein... Dann... Skalieren... Dann... Wieder... C... Hoch... Drücken... So... Dann... Wieder... Kopieren... Dann... Skalieren... Wir das wieder... Dann... Kopieren... Das... Na... Naja... Naja... Okay... Egal... Muss ja nicht passend sein... Dann kopieren wir es wieder... Mal das kleine... Wieder... Kopieren... Ziehen wir es hin... Wieder... Kopieren... So... Dann wieder... Kopieren... Und... Ziehen wir es... Voila... So... Wenn wir es jetzt angucken... Sehen wir... Wir haben jetzt sowas hier... Das sieht ja so ein bisschen danach aus... Jetzt können wir natürlich den ersten Kreis... Höher ziehen... So... Wir wollen hier... Natürlich... Die... Das ausgeschnitten haben... Das machen wir auch einfach... Und zwar... Wir nehmen uns... Unser... Würfel... Ziehen ihn... Wieder... Kleiner... Wollen wir es... Dann etwas passend... Wie gesagt... Muss ja nicht... Passend sein... Perfekt... Dann nehmen wir uns das... Also... Und die Zentralansicht... Ziehen uns das... Ups... Na... Ziehen... Na... Komm schon... Ziehen uns den Würfel raus... Machen hier natürlich auch noch... Deckflächen rein... Ja... Das könnte nach was aussehen... Weil das ist ja auch ziemlich rund... Das heißt... Wir nehmen uns... Äh... Wieder einen Kloner... Mh... 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 Packen unseren Würfel rein... Gehen dann wieder unseren Würfel... Also unseren Kloner auf Radial... Ziehen wir uns das... Wieder passend... Skalieren ist das natürlich... Radius... Ja... Hmm... Ja... Ja... Okay... Wo... Warrn jetzt... Dann müssen wir... Die Würfelchen... Ziehen wir erstmal raus... Nochmal... Nochmal... Na wo haben wir? Achso... Ja... Ja... Wo haben wir? Von der Tiefe... ein bisschen hoch für ein bisschen tiefer machen bisschen länger werfe und klone rein ob es das war natürlich die falsche seite je nachdem wie er das berechnet hat bin ich den blöd ja okay und dann wollen wir natürlich kloner machen wir noch ein bisschen dann können wir den quatsch stehen die anzahl erhöhen wenn wir wollen deswegen gucken wir mal ja acht sieben sieben ist okay dann wollen wir natürlich das ausgestochen haben das heißt wir nehmen uns unser objekt werkzeuge quasi nehmen uns am pool und packen unseren kloner ins pool objekt rein und dann nehmen wir uns hier unseren zylinder unsere röhre und packen die auch da rein und wir sehen haben wir das jetzt ein bisschen ausgeschnitten so das sieht auch schon mal ganz gut aus jetzt wollen wir denn natürlich noch eine ganze textur alles geben denn ich denke so sind wir eigentlich so weiter durch deswegen ich mache das wieder mit redshift wir gehen auf redshift material 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 nehmen uns eigentlich nur so das standard ding raus da ist auf kasten kasten gehen dann auf ja können wir hingehen mal das haben wir aluminium und packen das dann hier rauf dann den loft nicht dann was genau auf den ganzen röhren kram hier dann können wir das auch wenn wir hier einen tag haben wenn wir strg halten und dann das einfach runterziehen dann kopiert das automatisch alles so und jetzt sind wir das sollen die und natürlich nicht deswegen hier ist natürlich erzeugen redshift material material und dann hier natürlich schwarz einfach ein schwarz obwohl und dann hier auf unseren klone natürlich auch noch unser silber so denke das ist schon mal ganz in ordnung dann haben wir hier genau jetzt ist die frage da können wir gleich mal gucken welche farbe werden nehmen so jetzt haben wir und dann genau nehmen wir das hier noch dann nehmen wir dann ein redshift und nehmen wir einfach ein rot so und für unten nehmen wir einfach nochmal ein schwarz nehmen wir das hier packen es hier auf den doch drauf so dann sollte eigentlich alles soweit eine texte haben können wir mal rendern da oben noch das gehen wir natürlich auch silber so voilà so jetzt gehe ich auf ränder voranstellungen gehe auf wertschrift halt und was wir jetzt machen wir gehen jetzt um das ganze auszuwählen gewinne unsere menü quasi irgendwo hin drücken erst der ga dann selektiert alles und all g das nennen wir jetzt mal obwohl das nehmen wir erstmal nicht das kopieren wir uns jetzt c und v und dann drehen wir das alles auf und um 180 grad also bei der p-aktion 180 grad und dann ziehen wir das und dann ziehen wir das nicht nur auf 180 grad sondern obwohl gehen wir auf 180 und dann ziehen wir uns das ein bisschen raus also machen wir das ungefähr hier weil wenn wir sehen können haben wir hier an der ist natürlich auch ein bisschen spaltfrei das heißt das machen wir uns erstmal speichern kurz machen wir mal deswegen nehmen wir uns hier nochmal unsere Röhre und ziehen die doch mal ein bisschen länger nicht größer sondern länger nehmen wir uns doch unser schwert 1 ziehen das ist ein bisschen kleiner ja so sollte das noch irgendwas aussehen so ist es ok jetzt selektieren wir alles wieder wieder alt g und dann nehmen wir das Lichtschwert Lichtschwert und jetzt machen wir uns ein Lightroom also ich mach mal nicht wieder dasselbe wie immer sondern mal was anderes und zwar wir nehmen uns einfach nur einen Background das nennen wir einen Boden also eine Ebene ziehen die uns einfach mal ganz 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 groß und wir wollen dass es ein bisschen schwebend ist quasi so suchen uns eine gute Position aus nehmen wir unser Schwert mal drehen uns das weil wenn wir jetzt sehen können auch durch die ganzen Rohren Aktion haben wir hier natürlich auch einen kleinen Austritt das heißt ja aber falls halt eine Klinge reinkommt oder so so zum Zeichen der Realität so dann machen wir das auch schwarz erzeugen redshift redshift material schwarz na quatsch schwarz so und jetzt wollen wir natürlich braucht man natürlich noch Licht das machen wir indem wir redshift wählen lights dome light bei dome light nehmen wir uns einfach über einen hdmi ein Mensch deswegen habe ich hier bei meinem preset schon welche könnte halt einfach danach googeln gibt es ganz viele dinge online eigen material hdmi ich suche mal eine bestimmte raus die war die ich hatte denn das war von den farben her ganz cool ich glaube das war das sogar cool denn jetzt können wir das ganze einfach mal spaßes halber rendern und gucken wie es ausschaut okay naja gut die licht einwirken ist schon mal ganz gut nur natürlich jetzt reflektiert das natürlich alles auf die auf den boden das wollen wir natürlich nicht haben deswegen wir gehen hier auf unser material damit es einfach nur ein bisschen verwischt wird machen wir einfach ganz einfach und zwar wir gehen auf unsere roughness machen wir einfach ziemlich hoch und das gucken wir nochmal an wie es ausschauen wie es ausschaut können wir anpassen ja sowas so zum beispiel jetzt können wir natürlich auch ja ich will natürlich dass das hier so gezeigt wird aber das ist natürlich blöd das sieht natürlich nicht so gut aus nehmen wir doch lieber die oben perspektive ich denke es ist okay was wir natürlich machen können das beispielsweise hier ist es natürlich ein bisschen zu shiny können wir natürlich unser daumenleit nehmen oder wir nehmen einfach anderes wir können unser samples wir können unser samples ein bisschen verändern beziehungsweise die ja können halt ein bisschen rumspielen werten hier aber was wir machen können ich würde es einfach mal wechseln das bild was nicht so hell ist machen wir mal gucken wir mal ja okay also wie gesagt ihr könnt euch jetzt aber das sieht nicht schlecht aus ja aber okay also wie gesagt ihr könnt euch ja ganz viel mal aussuchen ihr habt ihr nicht die selben images wie ich also guckt mal im internet einfach was ihr findet und dann spielt damit einfach ja weil im endeffekt das modell ist derselbe deswegen würde ich sagen mache ich mal schluss hier wenn es ein bisschen gefallen hat könnt ihr mich gerne abonnieren könnt auch gerne meine anderen videos mal gucken hier verlinke ich euch nochmal mein letztes tutorial für Raids schwer zu machen Raids Lichtschwert aus dem neuen Star Wars Film und ansonsten wie gesagt teilt gerne meine Videos wenn ihr wollt würd mich echt freuen wenn ihr mich dementsprechend abonniert wenn ihr meine Videos gefallen und ansonsten würde ich sagen haut rein bis zum nächsten Mal Ciao